Musik Wenn ich Pause habe, dann möchte ich ganz schnell ans Meer. Ob das jetzt die Ostsee ist oder das Mittelmeer oder der Atlantische Ozean, ist total egal, aber das Meer. Auszeit bedeutet für mich wirklich, mich auszuklinken, im Sommer nach Italien zu reisen und diesen wunderschönen Tag hier zu genießen. Als ich gelesen hatte, dass Hemingway hier in Kaorle in den 40er Jahren immer wieder zur Entenjagd gekommen ist, war ich schon verliebt in den Ort. Der hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte total verändert, aber man spürt, es ist noch irgendwie ein alter Geist hier. Musik An Kaorle gefällt mir, dass man um Ecken herumläuft und immer wieder überrascht ist. Vom Hotel zum Beispiel läuft man ein paar Stufen hoch und dann steht man vor diesem wunderschönen Kanal mit all diesen Booten. Das ist schon eine Reise wert hier. Musik So privat hatten wir noch nie was miteinander zu tun und ich finde, wir sind ein super Team. Es sind ja tolle Frauen, Spitzenteam. Ich ermittle sehr gerne, ja, ich gehe Sachen sehr gerne auf den Grund. Meine Tochter beschwert sich immer, weil ich wahnsinnig neugierig bin. Ich weiß nicht, ob man das auch als eine Form von Ermitteln bezeichnen kann, aber ich frage immer alle, was ich wissen will. Musik Und es hat sich erneut bewiesen, ich liebe Schauspieler. So ist das nun mal. Musik 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 Ich koche gar nicht gerne, aber ich esse wahnsinnig gerne. Das heißt, Freunde kochen oft für mich. Und mein allerbester Freund, mein Ehemann kocht jeden Tag, wenn ich zu Hause bin und er kann wahnsinnig gut kochen. Musik Das machen wir schon regelmäßig, dass Freunde zum Essen kommen und dann kocht mittlerweile eher mein Mann, weil er so raffiniert kocht. Musik Ich koche sehr gerne und ich koche, glaube ich, noch viel lieber für Freunde als für mich selbst. Für einen selbst, finde ich, gibt man sich nicht so viel Mühe. Musik Mein Vater hat ja auch sehr gut gekocht und hat ganz oft Pulpo gemacht, den meine Mutter nicht mochte, wegen dieser Saugnäpfe. Und ich war die, die ihn da also total für geliebt hat, weil ich echt mag Pulpo. Musik Musik Es ist für mich, ehrlich gesagt, auch das Wichtigste bei einem Urlaub, dass die Menschen da, wo ich bin, freundlich sind. Wenn dann das Ambiente noch so schön ist, was in Kaorle ist, also unser Hotel, diese Promenade, wo wir hier sind. Und wenn wir unser wunderbares Abendessen genießen durften, das ist schon, also auf jeden Fall, da muss man mal hin. Musik Ich bin definitiv ein absoluter Genussmensch. Essen, trinken, schlafen. Schlafen ist für mich ganz großer Genuss. Musik Genuss hängt für mich unbedingt mit Zeithaben zusammen. Also die Muße zu haben, etwas in einem Moment wirklich bewusst wahrnehmen und erleben zu können. Genuss bedeutet für mich Dinge wahrzunehmen ohne den Kopf, also mit den Augen, vielleicht sogar noch zuerst mit der Nase. Musik Von meinem italienischen Kollegen Brunetti erwarte ich gar nichts. Ich freue mich einfach. Ich freue mich, dass wir uns treffen. Und ich habe natürlich die ganzen Bücher gelesen, weil ich eine ganz schreckliche Leseratte bin und bin einfach neugierig. Musik Venedig hat sich ergeben durch das Film, durch die Arbeit und das ist ein großer Glücksfall, weil ich bin in eine Welt eingetaucht und zwar gänzlich. Und da es mit dem Beruf verbunden war, habe ich auch mit Dingen zu tun gehabt, die selbst manchmal Venezianer nicht zu Gesicht bekommen. Es ist keine Kulisse, es ist tatsächlich. Ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen, den Kommissario Brunetti. Und ich bin sehr dankbar für dieses Treffen und das Kennenlernen und die wohnen in diesen wunderbaren alten Häusern. Natürlich beneidenswert. Musik Ich war gespannt auf die Kolleginnen und den Kollegen. Ich bin gern mit Kollegen zusammen und wir uns unterhalten über unsere Erfahrungen, die wir machen. Musik Genuss ist Wein genießen, auch Tabak genießen. Genuss ist das, wonach wir immer streben, das uns antreibt. Es war eine sehr schöne Begegnung. Ich muss sagen, dass sowieso die Begegnung mit allen anderen wahnsinnig schön und inspirierend ist. Wir spielen alle Figuren, die den gleichen Job haben und sich darüber auszutauschen, wie die Arbeit ist und wo die Leidenschaften liegen. Das war eine sehr große Freude. Musik Schmeckt richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Schmeckt stark, kräftig, eigentlich wie so ein sehr gutes Getränk. Wenn sich der Geschmack von so einem Tabak im Mund erfüllt, quasi ist es tatsächlich wie ein schöner Schluck Espresso. Wenn man das Rauchen einer Zigarre oder eines Zigarillos wirklich zelebriert, dann kann ich absolut nachvollziehen, dass es ein Genuss ist, weil sich Leute sehr viel Mühe gegeben haben mit der Zusammenstellung des Tabaks zum Beispiel. Das ist ja selten einfach nur ein Blatt, sondern das sind aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es ist ja zusammengestellt wie ein Parfüm, eine Zigarre oder ein Zigarillo. Musik Ich genieße hin und wieder eine gute Zigarette oder ein Zigarillo nach dem Essen. Ja, das ist Genuss. Mein Großvater rauchte Zigarre und das war ein Ritual bei ihm. Und er hat mit mir gesprochen, hat Zeitungen gelesen, mir was vorgelesen. Also hatte das immer auch eine sehr positive Verbindung. Wenn ich irgendwo stehe und sehe in den Bars, die stehen vorne und rauchen ein Zigarillo und ein Espresso, da merke ich, das gehört zusammen. Das ist eben hier, ja. Hat ganz gut geschmeckt. Das ist ja ganz gut geschmeckt. Untertitelung des ZDF, 2020